Was muss draufstehen? Ich darf euch hier unser heutiges Team vorstellen und bitte um einen kurzen Applaus für Philipp von der Ortsgruppe Darmstadt, der dankenswerterweise hier die Dokumentation übernimmt und unsere Technik führt. Für Florian Riester, langjähriger Aktivist, schon vor Urzeiten in Frankfurt aktiv gewesen, jetzt langjährig Mitarbeiter des Deutschen Handverbands, betreut die Ortsgruppen und ist natürlich heute dieses Wochenende hier bei der Cannabis-Normalkonferenz auch definitiv mit am Start und wird uns hier gleich auch einen Intro-Vortrag geben. Mein Name ist Micha Greif, ich bin ehrenamtlich Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Drogenpolitik der Grünen, arbeite als Referent für den Branchenverband Cannabis-Wirtschaft und ja, bin froh, euch hier das Thema präsentieren zu können, war selber früher auch beim DRV aktiv, habe die Ortsgruppen Münster und München gegründet und war jahrelang Sprecher. Genug von mir, ich gebe die Bühne Florian für den Input-Vortrag. Danke Micha für die Einleitung. Herzlich willkommen alle, schön, dass ihr da seid. Thema heute Sicherheit und Transparenz. Wie gehen wir mit Verpackungen um? Was muss draufstehen? Was muss auf einer Cannabis-Verpackung draufstehen? Ja, der Grund, dass ich gefragt wurde, hier heute diesen Input-Vortrag zu machen, ist der, dass ich schon diverse Länder bereist habe, in denen legales Cannabis verkauft wird. Colorado, Kanada, Kalifornien und natürlich auch die etwas näheren, aber nicht ganz so legalen Möglichkeiten in Spanien und Holland. Die These des Handverbands ist erstmal grundsätzlich, damit die Konsumenten sicher, informiert und aufgeklärt Cannabis-Produkte genießen können, sollte es entsprechende Angaben auf der Verpackung geben. Das würde ich jetzt erstmal als These bezeichnen. Wenn wir mal in die 90er oder sogar noch früher zurückblicken, 80er Jahre, dann haben Cannabis-Konsumenten beziehungsweise auch andere Menschen, die sich mit Legalisierung beschäftigt haben, unter Legalisierung meistens genau sich das vorgestellt. Einen Coffeeshop in den Niederlanden, in dem Blüten aus Einmachgläsern oder aus Tupperdosen oder sonst irgendwas entnommen, in kleine Plastiktütchen gesteckt werden und dann verkauft werden. Ohne besondere Verpackung, ohne besonderes Labeling und ohne staatliche Regulation tatsächlich auch in diesem Fall. Aber das war im Prinzip das, was ganz viele Menschen immer im Kopf hatten, wenn es um legales Cannabis ging. Wir haben dann 2006 ungefähr in Deutschland das erste Mal diese Produkte gesehen. Medizinisches Cannabis, was aus den Niederlanden kam, was eben das erste Mal quasi verpacktes Cannabis war in Europa. Und wenn wir uns hier das Label angucken, dann sehen wir hier zum Beispiel eine Chargennummer, ein Ablaufdatum quasi, nachdem es nicht mehr gebraucht werden soll und den THC und den CBD-Gehalt. Wir sehen kein Warnlabel, das davor warnt, irgendwie Kinder den Zugang zu gewähren oder danach Auto zu fahren oder andere Dinge. Dann haben wir 2012 das erste Mal einen wirklich legalen Cannabis-Markt auf der Welt gesehen, in Colorado. Das ist der erste US-Bundesstaat, der sich dafür entschieden hat. Und auch dort war das Packaging und Labeling erstmal noch relativ simpel. Man kann es leider auf diesem Foto nicht so gut erkennen, aber hier steht einfach auch nur Strain, Weight und THC-CBD-Gehalt. Zusätzlich war es in Colorado oder ist es in Colorado bis heute verpflichtend, dass man eine kindersichere Umverpackung hat. Aber es war eben kein besonderes Labeling vorgeschrieben. Das hing damals sicherlich damit zusammen, dass der Gesetzgeber noch nicht so genau wusste, wie er das eigentlich angehen soll und dass Colorado ein relativ kleiner Staat ist und da erstmal quasi noch nicht so im Detail darüber nachgedacht wurde. Diese kindersichere Umverpackung war aber schon so der erste Schritt, wo viele Leute in Colorado gesagt haben, das ist ja unnötiger Müll. Man hat immer diesen unnötigen Müll, man hat unnötiges Plastik. Kalifornien 2016 dann mit dem berühmten CA-Kennzeichen, was man heute auch in Deutschland öfters mal sieht auf Schwarzmarktverpackungen, sage ich mal, die besonders hochpreisig angeboten werden, wird gerne dieses Label verwendet. Ansonsten auch relativ überschaubar von den Warnhinweisen. Ja, erstmal hier ein bisschen Ingredients, Instructions und Government Warning, this product contains cannabis, a schedule one controlled substance. Keep out of reach of children and animals. Cannabis products may only be possessed or consumed by persons 21 years of age or older, unless the person is a qualified patient. Don't use cannabis while pregnant or breastfeeding may be harmful. Consumption of cannabis products impairs your ability to drive and operate heavy machinery. Also das übliche im Prinzip, was man auch von vielen Medikamentenbeipackzetteln kennt. Halt es weg von Kindern, fahr kein Auto damit und bedien keine schweren Maschinen. Erstmal so sehr naheliegende Hinweise quasi. Aber in einer normalen Schrift, nicht übertrieben groß, ohne riesige Warnkennzeichen, ohne jetzt irgendwie, sage ich mal, Bilder, die ähnlich sind wie dem, was man bei Zigarettenpackungen heute in vielen Ländern der Welt sieht. Ja, hier auch nochmal ein Cannabis Edible aus Kalifornien, auch hier, sage ich mal, ja, die übliche bunte Aufmachung, sehr freundliche Aufmachung, sehr wenig abschreckend und auch hier nur ein kleiner Warnhinweis eigentlich. Make cause miracles würde ich jetzt mal eher als Werbespruch bezeichnen, als als ernsthafte Verbraucherinformation. Dann habe ich hier, ganz interessant, in einer Dispensary in Kalifornien diese freiwillige Packungsbeilage bekommen. Das ist das einzige Mal, dass ich in den USA quasi eine freiwillige Zusatzinformation von einem Store bekommen habe und das fand ich persönlich sehr interessant, dass Unternehmen dann eben gesagt haben, okay, gut, auf den Verpackungen steht nicht so viel drauf, aber wir wollen den Konsumenten mehr Informationen mitgeben, gerade den Erstkonsumenten, gerade den Touristen, die erstmal noch relativ neu sind. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, was hier steht, aber da ist eben alles nochmal ein bisschen mehr im Detail beschrieben und es gibt eine Telefonnummer und es gibt eine Webseite mit weiteren Informationen. Also da sind im Prinzip Informationen, die das Unternehmen nicht providen muss, die es aber gerne providen möchte, um seine Konsumenten sicher zu halten, um positive Ersterfahrungen auch zu erzeugen. Das muss man ja auch bedenken. Es ist wichtig, auch für den Unternehmer, dass die Erstkunden nicht nach der ersten Erfahrung schreiend wegrennen und sagen, um Gottes Willen, mit dem Zeug will ich nichts mehr zu tun haben, sondern dass sie eine positive Ersterfahrung haben, dass sie einen Benefit aus dem Cannabiskonsum ziehen und dafür sind eben solche freiwilligen Beilagen, denke ich persönlich, auch ein wichtiges Thema, über das die Cannabis-Industrie in Deutschland auch wird nachdenken müssen. Auch hier ein freiwilliger Ladenaushang mit Verweis auf verschiedene Krankheiten, Krebs etc. Ja, auch das, denke ich, einfach interessant zu betrachten. Arizona hat relativ spät legalisiert, ich habe jetzt leider das Jahr nicht recherchiert, aber kam auf jeden Fall noch nach Kalifornien und hier gibt es quasi nur diesen kleinen Aufkleber dazu, den man sich dann auf sein Döschen aufklebt. Also man kriegt unetikettierte Döschen tatsächlich auch, es wird auch aus Jars entnommen oder so, aber dann kriegt man eben diesen Aufkleber dazu, was, denke ich, eine ganz interessante Option ist. Und dann gab es dieses viel diskutierte Beispiel aus Kanada, wo eben gesetzliche Vorschriften gemacht wurden bezüglich der Größe und der Art und Weise der Warnhinweise, wie diese auszusehen haben. Und dann ganz besonders der hier. Diese Warnhinweise wurden quasi in ihrer Größe die Menge des Platzes, die die Schrift auf der Verpackung einnimmt, vorgeschrieben und dadurch kam es dazu, dass sehr, sehr große Cannabis-Verpackungen für sehr geringe Mengen gewählt wurden, damit die Warnhinweise nicht die ganze Verpackung ausmachen. Der Unternehmer will natürlich eine Verpackung, die schön aussieht, die einen Mehrwert bietet quasi, die dem Endkunden gut gefällt. Die sollen nicht nur aus Warnhinweisen bestehen. Und das führte eben dazu, dass tendenziell sehr große Verpackungen gewählt wurden und damit sehr viel unnötiger Müll produziert wurde, was gerade direkt nach der Legalisierung in den Medien sehr intensiv diskutiert wurde. Generell Consumer Pack Goods sind ganz klar im Trend. Sie dienen der Sicherheit und der Transparenz. Das Thema, was wir hier heute haben. Aber sie dienen eben auch der Produktmaximierung. Das muss man auch ein bisschen, der Profitmaximierung, das muss man auch bedenken. Unternehmen verdienen mit Consumer Pack Goods mehr Geld als mit unverpackten Produkten. Eine Gurke wird mehr wert, wenn man sie klein schneidet und in Plastikpackungen packt und Dressing drüber macht quasi. Also ein weiterverarbeitetes Produkt und ein verpacktes Produkt steigt im Wert. Die Frage ist, was wollen wir für Deutschland? Wie wollen wir, dass der zukünftige Cannabis-Markt aussieht? Die Debatte heute hier ist erstmal völlig frei. Wir können da völlig frei von der Leber weg diskutieren. Natürlich können wir davon ausgehen, dass die Regierung irgendwelche Warnhinweise vorschreiben wird, irgendwelche Verpackungsmechanismen vorschreiben wird. Aber hier heute, denke ich, können wir erstmal völlig frei diskutieren. Und in diesem Sinne danke ich euch für euer Zuhören und wünsche euch eine angeregte Diskussion. Ja, vielen Dank, Florian. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, fachliche Fragen an den Flow zu stellen. Wir machen gleich, gehen wir in die Diskussion, also Diskussionsmeinungsbeiträge bitte später. Jetzt ist die Chance sozusagen, Fachfragen an den Flow zu stellen. Da sehe ich auch schon die erste Meldung. Ich komme runter mit dem Mikro. Ja, ich habe mal eine Frage zu dem Hinweis, keep out of reach of children. Kennst du da irgendwie jetzt Fälle, was da genau passiert? Also ich sage mal, so ein Kleinkind wird sich ja jetzt kein Joint anzünden. Ersticken die dann an den Blüten? Also ich sage mal, ich stelle mir jetzt eher so vor, ein Kind wird doch eher so sich das Mundstecken eklig finden und wieder ausspucken. Also ist das wirklich eine reale Gefahr? Bei Blüten würde ich jetzt mal sagen, nein. Aber wenn wir natürlich von Edibles reden, ganz klar, ja, natürlich. Also bei Edibles ist es ein Thema. Aber ich denke, dass in Kanada diese Warnhinweise. Kanada war das zweite Land weltweit, was Cannabis vollständig legalisiert hat. Die zweite Nation, die zweite in der UNO verankerte Nation. Und die waren natürlich besonders careful, auch als G8-Staat. Die wollten es natürlich besonders richtig machen und besonders vorsichtig. Und ich denke, daraus kam diese sehr, sehr großen Warnhinweise. Ja, ich würde mich dir der, was du quasi eigentlich, das war eigentlich auch seins gemeint jetzt, was ich noch sagen wollte, weil es geht ja nicht nur um Blüten. Theoretisch, ich würde es aber bei Blüten eigentlich auch sagen, dass es schon wichtig ist, weil nicht alle Blüten haben diese Größe. Und wenn das Teil so groß ist, kann auch ein Kind das verschlucken. Natürlich, die Verstoffwechselung ist nicht so, aber generell ist es immer wichtig, bei naja, Goods, die nicht für Kinder geeignet sind, das draufzupacken, damit die Leute das wissen. Ja. Gibt es weitere Fachfragen an dem Flo? Das scheint nicht, ach da vorne, ja, bitte sehr. Hast du während deiner Tour durch die USA schon legale Edibles dann auch in den Geschäften gesehen? Und ich habe öfter auch schon Bilder im Internet gesehen, wo auf den ersten Blick nichts zu erkennen war, ist das jetzt eigentlich ein Cannabis-Produkt oder sind das halt einfach saure Gummibärchen oder irgendwie sowas. Ist dir sowas auch schon firsthand widerfahren im legalen Markt? Ja, ich habe schon solche Produkte auch gesehen, wo von der Verpackung her das jetzt erstmal nicht auf den ersten Blick augenscheinlich ist. Man muss halt die Verpackung lesen und sich anschauen, tatsächlich. Und dieser CA-Hinweis, dieses Hanfblatt mit dem CA drauf, dieser berühmte Kalifornien-Cannabis-Aufdruck, der ist halt nicht sehr groß. Also tatsächlich, ja, das gebietet schon eine gewisse Verwechslungsgefahr für manche. Du hast ja schon erwähnt, Kanada ist das zweite Land, das legalisiert hat. Uruguay ist das erste. Du hast es nicht erwähnt in den Ländern, die du bereist hast. Ein bisschen weit. Ich war auch noch nicht da, aber ich habe mich mit dem Land kürzlich intensiver beschäftigt. Und die Verpackungen dort, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, die sind auch ziemlich interessant und anders als alle die Verpackungen, die man gesehen hat. Die gehen in Richtung Medizinal-Cannabis. Aber es ist für den Recreational-Markt. Es sind Verpackungen, wo es gar keine Werbung gibt und es gibt unglaublich viele Warnhinweise. Und die Verpackungen sind ungefähr so groß. Und die Regierung und andere Leute, die gucken sich das auch an, ob das auch eventuell für Deutschland eine Lösung wäre. Ich selbst finde, das ist keine, aber wir kommen schon in die Diskussion. Ich sage nur darauf, ich wollte darauf hinweisen, dass es noch diese Verpackungen gibt. Ja, vielen Dank. Super interessant. Ich habe gegoogelt, ich konnte keine finden. Wenn du ein Bild hast, schick mir gerne mal eins. Ja, aber in Uruguay wird ja auch Cannabis grundsätzlich nur in Apotheken verkauft. Das ist tatsächlich auch nochmal eine besondere Situation. Und es spricht für meine These, je früher man legalisiert als Nation, je mehr man unter dem internationalen Druck und der internationalen Beobachtung steht, umso vorsichtiger und zurückhaltender macht man es. Gut für uns. Gibt es weitere Fragen an den Flo? Das scheint nicht der Fall. Dann danke dir, Flo. Kommen dann Fragen. Deinen Applaus. Wir haben ja verschiedene Diskussionsfragen vorbereitet. Ich habe als Vorschlag für die Diskussion, dass wir jetzt Frage für Frage dann einzeln abstimmen und nicht am Ende alle geschlossen. Seid ihr damit einverstanden? Ich sehe ein Nick in die Gesichter. Und ansonsten würde ich noch vorschlagen, es gibt ja manchmal den Impuls, sofort zu antworten, wenn jemand was gesagt hat beim Diskussionsbeitrag. Meine große Bitte ist dann nicht direkt loszureden, weil es ist sehr wichtig, damit alle das verstehen, auch diejenigen, die die Aufzeichnung schauen, dass es per Mikro aufgezeichnet wird. Wenn etwas ganz dringend und kurz ist, dann einfach mit beiden Händen heben, dann wissen wir das und dann kann der Mensch mit dem Mikrofon dann auch umso schneller zu euch kommen. Gut. Und die erste Frage, die wir hier vorbereitet haben, ist, welche Warnhinweise sind nötig? Wir halten gerade die Technik noch die Übersicht vor. Ich lese es gerade auch aus der Internetseite. Wenn ihr die aufmacht, kann da bis normal.de, die Session, da könnt ihr sowohl die Positionierung, die bisherige vom Deutschen Handverband, als auch die bisherigen Fragen- und Antwortvorschläge sehen. Bisher sind vorgeschlagen, nötige Warnhinweise, Straßenverkehr, Schwangerschaft, Aufbewahrung aus der Reichweite von Kindern, Risiko der Überdosierung, insbesondere bei oralem Konsum, also Edibles, mögliche Atemwegserkrankungen durch Rauchen, allgemeine Safer-Use-Hinweise, zum Beispiel Konsumfortzugsweise per Reparizer, kein Mischkonsum mit anderen Drogen etc., Wechselwirkung mit Medikamenten. Und dann haben wir natürlich noch ein freies Textfeld für eigene Ideen-Eintragung. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass wir jetzt schon vorab, also wenn ihr sagt, da fehlt was in der List, das soll dabei, dann meldet euch gerne. Wir können das hier in der Umfrage einfügen, sodass alle das dann nachher bequem sozusagen als Antwortauswahl mit dabei haben. So, dann gebe ich die Diskussion frei. Gibt es Meinungen dazu, welche Warnhinweise sind nötig? Oder welche sind vielleicht nicht nötig? Hier vorne gibt es eine Meldung. Hallo, ich bin Simon vom PAMS-Journal. Ich bin Cannabis-Patient und auf meinem Medizinal-Cannabis steht an sich nur drauf, dass es die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen kann. Mehr Warnhinweise habe ich nicht bekommen. Die restlichen waren nur im Arztgespräch. Und an sich gehe ich auch davon aus, dass die meisten Cannabiskonsumenten sich selbst aufgeklärt haben bisher, dementsprechend reichen minimale Hinweise, was halt passieren kann und was halt wichtig ist, vor allem auch für die Fremdgefährdung, wie jetzt zum Beispiel Fahrtüchtigkeit und Maschinen. Okay, vielen Dank. Dann haben wir da hinten die nächste Meinung. Ja, hallo, Jürgen Haas mein Name. Also ich bin da ganz anderer Meinung. Im Gegenteil, gerade wenn wir die Legalisierung bekommen, wird es sicherlich sehr, sehr viele Leute geben, die in den Shop reingehen, Edibles holen oder so. Wir haben es vorhin in der anderen Session gehört von unserem Speaker, was in Amerika teilweise auch bis hin zu illegalen Edibles verkauft werden. Und daher sehe ich die ganz große Gefahr, wenn wir legalisieren, dann wird es auch viele Leute geben, die sich eben nicht mit dem vorwissen, was hier so herrscht, in den Shop gehen. Und daher, sage ich, da muss man meiner Meinung nach sogar ein Maximum an Aufklärungsarbeit leisten. Ob das jetzt alles auf der Packung draufstehen muss oder ob das nicht mit Shop, mit Beratung, weil wir gehen ja davon aus, dass wir Fachgeschäfte haben, wo beraten wird. Das ist sicherlich ein Diskussionspunkt, aber an sich sollte der Nutzer die Möglichkeit haben, so gut so informiert zu werden, wie, ich sage jetzt mal, als wenn er keine Ahnung hat. Ja, also absolut nachvollziehbar. Wir haben ja auch später, kommt auch noch die Frage, wo denn oder wie diese Warnhinweise dargestellt werden sollen. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt darauf, welche Warnhinweise sehen wir als nötig an, sollen also Pflicht sein, dass sie irgendwo dargestellt werden. Dann, sei es auf der Packung, sei es auf der Internetseite oder an anderen Stellen. Gibt es da weitere Meinungen zu? Oder Fragen, Diskussionsbeiträge? Ja, hier vorne. Danke, ich bin Henning. Ich würde mir wünschen, in Deutschland müssen wir für jede Kleinigkeit einen Führerschein machen. Ein Gabelstapler, ein Autoführerschein, selbst für so eine Ameise im Supermarkt, wenn man da Paletten mit her transportieren würde. Ich wünsche mir einen Führerschein für den sicheren Umgang mit der Hanf. Den Erwachsenen machen und der dann drauf ist. Das kann man sicher irgendwie als zusätzliches Qualitätsmerkmal von mir aus anprangern. Anprang ist das falsche Wort, aber anzeigen. Weil der bewusste Umgang, finde ich, damit wichtig sein sollte. Danke. Weitere Wortmeldungen? Vielleicht ein Hinweis. Mein Name ist Erich aus Kiel. Ich vergleiche Cannabis ja im Sinne der Gleichstellung mit Alkohol und Nikotin, mit Zucker, Television und Sex, alles Sachen, die irgendwie süchtig machen können. Und das Problem ist, dass man da nicht überall gewarnt wird. Also auf der Alkohol, auf der Bierflasche steht auch nur der Inhalt drauf, der wirklich drauf gehören muss. Und da steht nicht drauf, dass es auch süchtig machen kann, dass es die Schwangerschaft beeinflusst, dass es richtig Schäden machen kann. Das ist meines Erachtens auch einem Lebensmittel nicht notwendig. Es gehört zur Grundausbildung. Wenn man mit Alkohol umgeht, sollte man wissen, auf was man sich einlässt. Das ist ja das sogenannte Suchtprogramm, dass man, bevor man süchtig wird, merkt, von was man süchtig wird. Aber dass diese Warenhinweise alle auf die Packung müssen, das halte ich für überflüssig. Also kurze Reaktion darauf. Also ich glaube, der Umgang unserer Gesellschaft mit Alkohol zeigt eben, dass genau das nicht funktioniert. Und dass so eben nicht genug Aufklärung stattfindet und dass auch dadurch zu unreflektierter Konsum stattfindet. Und deswegen glaube ich, ja, es ist ungerecht, dass es bei Alkohol nicht so ist. Und es sollte auch bei Alkohol anders sein. Aber ich glaube, man sollte die Legalisierung von Cannabis auch nutzen, um es besser zu machen. Vielen Dank. Ja, dem kann ich auch nur beipflichten und würde in dem Zusammenhang also auch nochmal erwähnen, dass so ein Warenhinweis, also die Kritik, die es eben gerade noch gegeben hat an diesen Warenhinweisen, dass das ja jetzt keinen abschrecken würde und dass es ja zur Grundbildung gehören würde, ist zwar richtig, aber trotzdem ist es halt eben auch ein, ja, schon ein gewisses Signal. Ansonsten bin ich ja immer, es gibt ja unter Prohibitionisten immer so diese These von dem falschen Signal, was ausgesendet wird. Aber in dem Fall ist es halt wirklich, hat es halt wirklich eine Symbolik, die schon irgendwie was aussagt. So ähnlich wie bei Zigarettenpackungen eben auch, wo Warenhinweise drauf sind, wo ich persönlich jetzt auch diese Horrorbilder nicht so sinnvoll finde. Was sich in der Präventionsforschung gezeigt hat, ist auch, dass dieses sogenannte Plain Packaging, was es in manchen anderen Ländern schon gibt, also dass es einfach eine neutrale Verpackung gibt mit Warenhinweisen, aber eben nicht zwangsläufig mit Horrorbildern drauf, dass das eigentlich die beste Lösung ist. Und ich denke mal, das sollte sowohl für Alkohol als auch für Cannabis gelten, um einfach zu verdeutlichen, das ist jetzt nicht ein lustiges Lifestyle-Produkt, sondern das hat seine Risiken. Okay. Also keine Horrorbilder auf Cannabis-Verpackungen. Mikro, bitte. Bitte mit Mikro. Also ich bin da relativ liberal eingestellt, wie so eine Verpackung ausschauen sollte und es sollte auch möglich sein, dass es eine Produktdifferenzierung gibt bei den verschiedenen Anbietern. Trotzdem gibt es eine Minimalanforderung an Warenhinweisen und die würde ich erst mal nur darauf beschränken, an wen das eigentlich abgegeben werden darf und an wen nicht. Deswegen ist dieser Hinweis erst ab 18 Jahren oder nicht unter 18 Jahren oder was auch immer der Alter dann am Ende sein wird, eigentlich Pflicht. Und die anderen Hinweise für welche gesundheitlichen Probleme, Schäden, was auch immer passieren könnte. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, wie da oben links so eine Art QR-Code, weil es gibt so viele Sachen, die man reinschreiben könnte. Und wegen der Transparenz, und ich bin für absolute Transparenz, sollte es möglich sein, dass sich jeder Konsument dahingehend ausführlich informieren kann, aber nicht nur nicht geschrieben auf der Verpackung, sondern mit einer Art Verlinkung eine neue Technologie ermöglicht ist. Und den anderen Punkt, den letzten hatte ich vergessen, da fällt mir vielleicht noch einer. Okay. Ja, vielen Dank. Da haben wir auf jeden Fall einen neuen Punkt. Die Altersgrenze bitte ich dann mit aufzunehmen, dass der Altershinweis draufsteht. Ich schreibe einfach Altershinweis, wird ja wahrscheinlich ab 18 sein. Aber um das mal neutral zu halten, Altershinweis. Mir ist noch etwas Letztes eingefallen. Es geht gar nicht in Richtung Sicherheit, aber eher in Richtung Transparenz. Und zwar wünsche ich mir auch, dass es so eine Art Cannabinoid-Profil, Terpen-Profil, Flavonoide und so weiter, dass man das auch sehen kann, falls es diese Produktinformationen überhaupt geben sollte für einen bestimmten Strain, den man kauft. Soll das Pflicht sein? Gute Frage. Ich weiß nicht, das könnte die Kosten nach oben treiben. Ich weiß es nicht. Aber ich selbst als Konsument, ich hätte es gerne. Ich sage es mal so, also aus meiner Sicht, als einer, der gerne in Zukunft dort Unternehmer sein will, ist das Quatsch, weil das kann ich als Unternehmer selber entscheiden, ob ich das da draufpacken will oder nicht, wenn ich denke, die Kunden wollen das. Aber das für alle Zwang zu machen, das kostet so viel Geld. Also die Verpackung an sich kostet schon Geld. Und jeder Druck kostet immer mehr Geld. Deswegen, davon rede ich nicht. Der muss auf jeden Fall drauf. Ja, also ich würde sagen, wir haben jetzt, nach folgende Frage kommt gleich noch, welche Verbraucherinformationen sind nötig? Ich denke, das wird dann eher darunter fallen. Im Moment sind wir noch beim Thema Warnhinweise. Ja, die technische Regulierung läuft hier noch. Da haben wir gerade ein Problem und warten auf Hilfe sozusagen. Deswegen, sonst hätten wir auch die Fragen und die Antwortmöglichkeiten schon auf dem Schirm. Ja, bitte. Sonst gäbe es von meiner Seite aus noch die Anmerkung, dass ja durchaus auch ein Unterschied besteht, wer wird wodurch, durch welche vielleicht Informationspflichten oder durch welche Werbeverbote, wie geschützt, eine Verpackung mit Warnhinweis, vielleicht auch sehr neutral gehalten, soll ja die Leute schützen, die zum Beispiel im Haushalt mit einer Cannabis konsumierenden Person leben. Also zum Beispiel die Kinder, wenn die daheim irgendwo die Cannabisdose der Eltern finden, dann sollen die durch solche Warnhinweise, eventuell durch kindersichere Verpackungen ja geschützt werden. Ein Unterschied ist es, ob die erwerbenden Personen im Fachgeschäft diese Verpackung vielleicht anders präsentiert bekommen. Produkt Displays, wo dann irgendwie entsprechend auch werblichere Botschaften oder vielleicht eben auch eine Darstellung des Produktes, nennen wir es mal so, wo das ermöglicht wird. Also im Fachgeschäft kann das ja nochmal ganz anders für den Käufer aussehen, als es dann für die Personen außerhalb in dieser neutralen Verpackung außerhalb des Fachgeschäftes aussieht. Danke. Also was mir noch fehlt in der Liste, wäre halt noch ein Warnhinweis für Leute mit psychischen Vorerkrankungen oder auch erhöhtem Risiko zum Beispiel für Psychosen. Also es gibt ja doch auch Leute, die ja auch in der Familie eine ausgeprägte Vorgeschichte haben und das wäre vielleicht doch ein sehr sinnvoller Hinweis, wenn man denen dann sagt, auch dass damit dann eben auch ein stark erhöhtes Risiko für diese Menschen verbunden ist. Ja, Philipp, dann bitte ich gleich aufzunehmen, noch als Antwortmöglichkeit die sozusagen psychologische Problematik, sollen wir es mal so nennen? Psychische Vorerkrankungen oder psychische? Bei Frage 1 sind wir noch. Psychische Indikationen? Kontra-Indikationen? Kontra-Indikationen, ja, sehr schön. Danke sehr. Also da muss ich widersprechen. Kontra-Indikationen sind was, was der Arzt ausspricht. Also wenn, müsste da stehen, fragen Sie vor Einnahme Ihren Arzt oder Apotheker. Aber dann ist das ein anderes Niveau. Dann ist es einem Medikament gleichgestellt. So was kriege ich bei Lidl und bei Aldi normalerweise nicht. Auch in meinem Laden habe ich in der Regel, wenn ich persönlich da bin, eine Beratungsmöglichkeit. Ich habe so und so was, kann ich es da einnehmen. Also das ist quasi immer individuell. Ich kann alle möglichen sagen, kannst du mal, ich habe einen Fall, Marvus Hodgkin ist schlechter geworden. Soll ich das vielleicht mit auf die Packung schreiben? Das ist uferlos. Ja, verstehe ich. Aber ist okay, wenn wir das mit abstimmen sozusagen. Ja, gut. Gut, gibt es noch weitere Fragen, Anmerkungen, Kommentare zum Thema Warnhinweise? Das scheint nicht der Fall. Die Technik braucht noch, deswegen schlage ich vor, wir gehen dann schon mal in die Diskussion zur zweiten Frage. Die lautet, welche Verbraucherinformationen sind nötig? Als Antwortmöglichkeiten haben wir bisher vorgesehen, der THC-Wert, der CBD-Wert, weitere Cannabinoide, Terpene, Sortenname, Anbauort, Erntezeitpunkt, MHD, also das Mindesthaltbarkeitsdatum und das Wirkprofil. Jetzt hatten wir eben, wurde gesagt, Terpenprofil, hier ist Terpene angegeben und man könnte vielleicht noch, wir haben ja hier THC-CBD-Wert und weitere Cannabinoide würde ja auch dann dem Wunsch des Cannabinoid-Profils entsprechen, denke ich. Oder? Gut, ein bisschen nicken. Sehr gut. Gibt es da, ja, was, jetzt startet die Diskussion, gibt es Fragen, Anmerkungen zum Punkt, welche Verbraucherinformationen sind nötig? Habt ihr vielleicht welche zu ergänzen zu der Liste? Oder denkt ihr, welche sollten auf jeden Fall nicht drauf? Ja, bitte. Ich denke, die essentiellsten sind THC, CBD-Gehalt und Mindesthaltbarkeitsdatum. Alles andere sind Zusatzinformationen, die können freiwillig dazugegeben werden. Das Wirkprofil ist so individuell, dass dieselbe Sorte bei zwei Menschen komplett unterschiedlich wirken kann. Teilweise kann eine Sativa-Sorte bei einer Person eher stimulierend wirken, bei einer anderen eher zitierend. Und dementsprechend würde das Wirkprofil gar nicht so viel Sinn machen, weil man es nicht exakt abschätzen kann. Dementsprechend würde ich nur sagen, THC, CBD und Haltbarkeitsdatum. Okay, vielen Dank. Weitere Meinungen? Also ich finde persönlich auch den CBN-Wert sehr wichtig, weil das sagt einfach aus, wie schläfrig eine Sorte machen kann. Und das ist besonders wichtig für Leute, die noch Maschinen oder so bedienen müssen, damit die wissen, dass sie da nicht negativ beeinflusst werden. Also auch CWG wird immer wichtiger. Und ich finde, es müssten mindestens die sechs Hauptcannabinoid-Gruppen, über die man jetzt schon viel weiß, und halt auch die Hauptherpene auf jeden Fall beistehen. Weil das hat nämlich auch wiederum den Vorteil, dass man dann auch mehr Wissen schaffen kann. Also man kann mehr Erfahrungen sammeln, auch wie die einzelnen Patienten mit ihren unterschiedlichen Krankheitsbildern darauf reagieren. Also das würde ich persönlich für sehr wichtig finden. Dass halt mehr Information ist immer mehr wert. Und die Firmen müssen ja eh eine Analyse machen im Labor. Und so viel mehr Arbeit kann das, oder so viel teurer kann es meiner Meinung nach nicht werden. Weil ich habe in den USA zweieinhalb Seiten, DIN A4-Seiten-Analyse gesehen von einem Strain. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Und schlage ich vor, wir ergänzen CBN-Wert zur Auswahl und CWG-Wert für die Frage 2. Weitere Meinungen zur Frage 2? Ich wollte nochmal ergänzen, es gibt wahnsinnig viele wünschenswerte Informationen, die man gerne hätte zu seinem Cannabis. Und da würde mir auch sehr viel einfallen. Wenn wir allerdings gesetzliche Vorgaben schaffen, dass bestimmte Dinge draufgeschrieben werden müssen, zum Beispiel 6 Cannabinoide, dann erschweren wir damit Klein- und Kleinstproduzenten, sage ich mal, durchaus ihre Arbeit. Das macht sich unmöglich, sicherlich. Es ist kein Hexenwerk, einen größeren Test zu machen und die Kosten dafür zu übernehmen. Aber je aufwendiger die Verpackung, je aufwendiger die Produkthinweise und je aufwendiger die Analyse, die vorgeschriebenen Analyse-Methoden, desto schwieriger wird es für Kleinunternehmer, sage ich mal, in dem Bereich. Dazu einen ergänzenden Vorschlag, dass man vielleicht da einfach diesen ICQ-Code drauf macht und dann kann man das direkt im Netz dann in der Datenbank nachgucken, welcher Badge genau die und die Sachen enthalten hat. Da finde ich eigentlich gerade, muss ich ehrlich sagen, die Idee von der Dame echt nicht schlecht. Man könnte es ja natürlich sagen, dass es auf der Verpackung quasi immer ein QR-Code mit, wie gesagt, allem, was man ja theoretisch anbieten könnte, macht und dann aber als Hauptanteil eben nur sagt, CBD, THC, Mindesthaltbarkeitsdatum, vielleicht Sortenname, je nachdem. Wenn man Edibles macht, muss man jetzt, glaube ich, nicht die Sorte zwangsweise angeben. Und genau, irgendwas hatte ich noch. Nee, gut, hat sich erledigt. Also ich wollte auch nochmal dem einen Redner beipflichten zum Thema Wirkprofil. Finde ich ehrlich gesagt auch als gesetzliche Vorgabe, wüsste ich auch nicht, wie man das seriös machen kann und wie man das am Ende auch kontrollieren könnte, ob das denn dann so stimmt. Also das sind für mich eher so Angaben, die so eher so Richtung, ja, der Hersteller stellt da so ein paar nette Behauptungen auf und man kann dann gucken, ob man sich da wiederfindet. Aber so als gesetzliche Vorgabe wüsste ich nicht, wie man das seriös umsetzen kann. Also dafür müsste es natürlich dann so eine Art TÜV geben, BlütentÜV, sage ich mal, eben als Arbeitsbegriff. Ja, aber der Wettbewerb ist ja auch fest, ja. Die Frage ist halt, mit welcher Methodik soll das Labor denn jetzt feststellen, ob eine Sorte schläfrig macht oder ob sie euphorisierend wirkt oder so. Da müsste man ja dann zu jeder Cannabisblüte eine Studie mit 100 Teilnehmern machen. Da muss ich leider ehrlich sagen, das stimmt schon. Ich habe beispielsweise, ich hatte zweimal die gleiche Sorte an zwei verschiedenen Orten und bei den beiden Malen, ich habe dokumentiert, wie es mir ging, war es unterschiedlich. Das heißt, das Wirkprofil genau zu bestimmen ist fast unmöglich, außer man nimmt immer nur Stecklinge. Das ist die einzige Möglichkeit. Okay, ja, vielen Dank für die Beiträge. Ja, bitte Mikro. Und selbst dann ist es von Person zu Person immer noch unterschiedlich. Das darf man auch nicht vergessen. Okay, vielen Dank. Gibt es dann noch weitere Diskussionsbeiträge zur Frage 2? Welche Verbraucherinformationen sind nötig? Ich würde vielleicht ganz kurz auch dem beipflichten, dass so ein Produktidentifier zum Beispiel als QR-Code aufgedruckt, wenn der flächendeckend eingesetzt wird, dann könnte man die Verpackung auch relativ simpel halten, zum Beispiel nur mit CBD und THC gehalten von den Cannabinoiden und Terpenen her. Und der Rest ist für die, die es interessiert, dann online verfügbar. Aber für Einsteiger, die ja sowieso mit verschiedenen Therapienprofilen nichts anfangen können, die werden nicht überladen, sondern die haben eine realistische Chance, auf den ersten Blick zu erkennen, das ist jetzt eher der Schnaps oder das ist eher das Radler. Vielen Dank. Dann schlage ich vor, gehen wir als nächstes zur Frage 3, bereiten die schon mal vor. Also das ist die Frage, in welcher Form sollen die Warnhinweise dargestellt werden? Und vorgeschlagen sind hier der Beipackzettel, Piktogramme, also zeichnerische Darstellung, ein QR-Code, mit dem man auf einer Webseite landet, also Landingpage, oder Packungsbeschriftungen, wie wir es am Anfang schon im Infovortrag vom Flur gesehen haben. Vielleicht erstmal eine Frage, gibt es da weitere Ideen für Warnhinweise oder die Form der Darstellung der Warnhinweise? Das scheint nicht der Fall. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das schon genannt wurde, aber das, was ja eben schon angesprochen wurde, also quasi ein hybrides Modell, also dass gewisse wichtige Sachen auf der Verpackung stehen und dass weitere Sachen eben als QR-Code dann als ergänzend noch dabei sind oder in der Verpackungsbeilage. War das drauf? Oder sonst würde ich das vielleicht noch? Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, dass man jetzt noch eine Antwortoption hinzufügt, mehr, aber wir machen das gleich eh so, dass man alle Antwortmöglichkeiten auswählen kann und es ist ja dann auch möglich, eine Kombination daraus zu machen. Also theoretisch kann man ja auf der Packung selbst die Informationen sehr kurz halten und auf der Internetseite verweisen. Gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten und da freue ich mich über die nächste Meinung. Ja, also ich plädiere nochmal dafür, dass die Warnhinweise, das ging vielleicht jetzt auch ein bisschen durcheinander zwischen Verbraucherinformation und Warnhinweis. Ich denke, das sollte man deutlich unterscheiden. Bei Informationen finde ich absolut, QR-Code reicht oder Beipackzettel oder ausgelegtes Flugblatt oder so ähnlich. Bei den Warnhinweisen würde ich eher sagen, das muss wirklich auch auf die Umverpackung oder auf die Verpackung des Produkts, wenn es wirklich Warnhinweise sind. Also ich denke, das muss man deutlich differenzieren. Warnhinweise mit QR-Code zu verstecken, halte ich für nicht sinnvoll. Also ob jetzt Piktogramme oder Text, da wäre ich sogar fast leidenschaftlos. Ich bin gerade am überlegen, ob man nicht auch dabei an die Barrierefreiheit denken muss. Das wäre jetzt noch ein Punkt. Darf ich eine kurze Rückfrage? Barrierefreiheit, was bedeutet das in dem Fall konkret? Naja, ich weiß jetzt nicht, ob blinde Menschen zum Beispiel Cannabis konsumieren, aber das wäre zum Beispiel ein Thema, dass die wichtigsten Warnhinweise dann auch für Blinde, bei Hörgeschädigten weiß ich nicht, wie man das machen kann. Dann notieren wir das in Blindenschrift als weitere Antwortoption. Danke sehr. Also nur zu, wir haben Redeplätze frei. Und wer etwas beitragen möchte, kann das gerne machen. Auch Fragen dazu, Diskussionsbeiträge. Gut, wenn es ansonsten nichts mehr zum Thema Warnhinweise gibt, kommen wir zur nächsten Frage, beziehungsweise Warnhinweise Darstellung. Jetzt kommen wir zur Frage, welche Warnhinweise und Verbraucherinformationen müssen nicht direkt auf die Verpackung und können zum Beispiel auf eine Landingpage. Also mal wieder eine Auflistung. Straßenverkehr, Schwangerschaft, Aufbewahrung außer Reichweite von Kindern, Risiko der Überdosierung, insbesondere bei oralem Konsum, sprich Edibles, mögliche Atemwegserkrankungen durch Rauchen, allgemeine Safer-Use-Hinweise, wie zum Beispiel Konsum vorzugsweise per Web-Avisor, kein Nichtkonsum mit anderen Drogen etc., Wechselwirkung mit Medikamenten, THC-Wert, CBD-Wert, weitere Cannabinoide, Terpene, Sortennahme, Anbauort, Erntezeitpunkt, MHD, Wirkprofil. Also wir haben ja sehr viele Verbraucherinformationen gesammelt, sehr viele Warnhinweise gesammelt, die drauf könnten. Wenn euch da noch mehr einfallen, könnt ihr die natürlich jetzt auch nennen, kann man auch ergänzen. Und ja, da bin ich jetzt auf eure Meinung gespannt, sozusagen, welche Warnhinweise denkt ihr sollten auf keinen Fall drauf oder sollten auf jeden Fall drauf, beziehungsweise sollten, müssen nicht direkt auf die Verpackung, ist die Fragestellung. Also da hatten wir eben ja schon ein paar Meinungsbeiträge, die in die Richtung gehen. Möchte da jemand was? Ja, bitte. Also wie das bei Zigaretten ist, mit diesen Schockbildern, finde ich das nicht gut. Das ist ein bisschen zu viel. Und was ich aber bei Alkohol in Ordnung finde, sind halt diese Don't Drink and Drive und dann nicht für Schwangere geeignet. Aber die Schockbilder von Zigaretten fand ich ein bisschen zu viel. Also ich glaube, wir hatten jetzt ja Schockbilder gar nicht so als Auswahloption, aber vielleicht noch kurz. Genau. Also ich glaube, es wäre auch gerade so dem Verlauf des Rauschen nicht förderlich, wenn einem dann so eine ganz gruselige Frage die ganze Zeit entgegenstellt. Ne, also ich denke, was sollte auf jeden Fall drauf, würde ich jetzt vielleicht mal sagen, weil das ist vielleicht dann weniger als das, was da vielleicht alles nicht so drauf kann. Also ich denke, so die wesentlichen Warnhinweise vielleicht als Piktogramme um Platz zu sparen und THC-Wert und CBD-Wert sollte drauf. Und ich glaube, auf die weiteren Cannabinoide und Terpenprofil und so, das kann man dann auch in weiterführende Informationen packen, zum Beispiel über den QR-Coutern. Danke sehr. Weitere Meinungen dazu? Das scheint nicht der Fall. Dann können wir schon zur fünften Frage übergehen. Das ist, sollte der Verkauf von unverpackten Cannabis erlaubt werden? Da gäbe es einmal die Option, dass man sagt, ja, grundsätzlich. Ja, aber mit Beipackzettel. Oder ja, nur in der Gastronomie, also quasi zum Sofortverzehr oder nein? Ist damit quasi das, wie in Holland gemeint, als unverpackt? Quasi, dass du es rausnimmst und in so ein Baggy reinlegst? Oder rein, da hin und bringst. Weil, ach so, ja, ich glaube, es geht ja erst mal um Verkaufen, oder nicht? Genau, es geht ja um den Verkauf, das ist ja dann nichts mit mitbringen. Ich glaube, dein Weed, wie du das umfüllst, ist ja egal. Das wird ja... Nein, aber ich meine, es gibt ja diese Unverpacktläden auch für Lebensmittel, man geht hin, man bringt seine Verpackung mit, die genutzten, ja, man muss nicht alles immer nochmal neu in Plastik und Papier einschweißen und lässt sich das dort abfüllen. Oder man geht mit seiner Dose halt irgendwie in den Laden und der packt einem die zwei Gramm Gras da rein und dann ist gut. Ja, okay, so hatte ich gerade gar nicht überlegt. Ja, dann muss ich... Im Prinzip auch so ein bisschen als Reaktion auf diese 2016er Debatte in Kanada, wo halt wirklich sehr intensiv Leute sich aufgeregt haben, dass so riesige Mengen Plastikmüll auf einmal entstehen, wegen einem Gramm Cannabis quasi. Ja, das wäre tatsächlich auch mal so eine Idee gewesen, die ich auch ganz gerne einbringen würde, was eigentlich ja nicht so ganz jetzt zu dem Thema passt, aber dass man vielleicht sogar sowas wie ein Pfandsystem schaffen könnte. Also, dass man so zum Beispiel kleine Schraubgläschen oder so, die man halt immer wieder leer zurückgeben kann und dann hätte man sehr viel Verpackungsmüll eingespart. Aber wie gesagt, das hat ja jetzt eigentlich nicht so viel mit Sicherheit und Transparenz zu tun. Insofern kann ich mir vorstellen, man könnte sowas machen, sofern es weiterhin in autorisierten Läden ist, insofern man vielleicht auch immer noch ein Etikett oder einen Beipackzettel dazu bekommt und grundsätzlich das irgendwie gewährleistet ist. Eine andere Frage wäre natürlich in dem Zusammenhang noch so, was in Holland möglich ist, dass man fertig gedrehte Joints kaufen kann. Müssen die dann auch alle einzeln verpackt mit Warnhinweisen versehen sein? Danke. Ich möchte mal so als Denkanstoß nochmal hinzufügen, dass es in dem Falle, wo man es einfach so lose abgibt, ein Problem geben könnte mit der Rückverfolgbarkeit, falls eine Rückverfolgbarkeit des Produktes gesetzlich vorgegeben sein wird. Sagen wir, du kaufst das Produkt und du möchtest wissen, wer war der Hersteller, wo wurde das Abend verpackt und fangen wir bei der Seedbank an und so weiter. Das ist eine Frage, das hängt davon auch ab. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Und das würde auch die ganze Diskussion, die die ja vorgeführt haben, natürlich auch in Frage stellen. Weil wozu überlegen wir uns, was auf eine Verpackung draufkommen soll, wenn wir dann am Ende sagen, ja, aber du kannst es auch einfach nur so verkaufen. Deswegen sehe ich da einen logischen, also ich sehe da ein Problem-Dilemma. Man könnte es ja auch eingegrenzt machen. Das ist die Frage, wenn man jetzt in einer Gastronomie ist und man möchte vor Ort etwas konsumieren, angenommen, das wird erlaubt, muss das dann in einem kompletten Verpackungskram drin sein, mit allem drum und dran? Oder darf man es in dem Fall dann vielleicht auch so abgeben? Ich würde vielleicht ganz kurz direkt darauf, wir verhandeln ja jetzt hier heute Positionen, die wir an die Politik herantragen. Und wenn wir davon ausgehen, dass selbst wenn jetzt hier 90 Prozent sagen, wir wollen unverpacktes Cannabis und wir wollen gar keine Packungsbeilagen und wir wollen überhaupt gar keine Warnhinweise, wir dann trotzdem in der Lage sein sollten, der Politik auch zu sagen, wenn die sagen, ja, ihr müsst aber Warnhinweise oder wir müssen Warnhinweise schaffen, dass wir dann trotzdem mit denen über das Wie verhandeln quasi und nicht kategorisch sagen, nein, wir wollen das nicht und deswegen reden wir auch nicht darüber, wie das aussehen könnte, wenn ihr das unbedingt wollt. Genau, zudem, das wollte ich nämlich genau sagen, das, was du nämlich eigentlich gesagt hattest, das mit dem Nachverfolgen macht aus einem einfachen Grund keinen Sinn. Wenn ich mir jetzt ein Medikament hole und nehme ich es manchmal aus der Packung, packe es in meine Plastikbox und schmeiße die Packung weg und dann ist gut. Gut, da fragt mich keiner, hast du jetzt deine Tablette bei Apotheke Meier gekauft? Das hat mit Rückverfolgen ja nichts zu tun und das Gleiche ist ja das, wenn man ein Stück Kuchen kauft oder was noch immer. Also Rückverfolgung macht in dem Sinne keinen Sinn, weil mein Weed nehme ich aus der Verpackung, packe es in mein Gläschen, wo ich es gerne haben will und schmeiße die Verpackung weg. Mikro bitte. Jetzt hat sich jemand... Aber wenn es halt im Shop verkauft wird, dann sollte der Laden auf jeden Fall schon eine Rückverfolgung haben, damit er nicht von irgendwo herkommen kann. So, wir haben jetzt hier vorne zwei Meldungen, ist eins davon direkt dazu? Ja, dann vorne. Ja, also ich verstehe den ökologischen Aspekt auch, dass man Verpackungsmaterial vermeiden möchte. Beim Thema Rückverfolgbarkeit wird es auch immer die Personen geben, die gerne wissen wollen, wo das Cannabis angebaut wurde und auch die Lieferkette gerne nachverfolgen möchte, so wie es auch bei Lebensmitteln normal ist, dass man wissen möchte, was man eigentlich zu sich nimmt, sodass die Rückverfolgbarkeit schon gewährleistet sein sollte. Ich würde gerne noch den Punkt Jugendschutz mit einbringen. Unverpacktes Cannabis kann natürlich auch in die Hände von Kindern und Jugendlichen geraten, auch wenn da natürlich eine gewisse Verantwortung bei den Eltern natürlich liegt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass seitens der Politik eine Cannabis-Steuer gewünscht ist, die natürlich auch irgendwo auf eine Verpackung rauf muss, das Steuersiegel. Das heißt, so komplett unverpackt wird es auch aus politischer Sicht meiner Meinung nach nicht gehen. Okay, danke sehr. Ist die Meldung noch offen von eben? Okay, hat sich erledigt. Gut, gibt es weitere? Ja. Ein Vorschlag, eine Idee spontan. Wenn man so eine sogenannte Safebox schafft, wo alle Informationen elektronisch zur Verfügung stehen, in dem Moment, wo derjenige die Bookbox dann öffnet, und meinetwegen werden von der elektronischen Stimme vorgelesen, und dann kann man halt damit wieder zum Shop gehen und die wieder auffüllen lassen, mit den neuen Informationen und Inhalten natürlich. Okay. Clemens, hier vorne? Also Mitte. Ich habe noch mal eine Verständnisfrage zu deinen Ausführungsebenen. Ja. Du hast eben gesagt, unverpackter Verkauf zum Beispiel in der Bar zum Direktverzehr. Also das habe ich jetzt so bisher in der ganzen Diskussion noch gar nicht wahrgenommen, dass das überhaupt eine Option sein kann. Wir reden ja immer darüber, über Fachgeschäfte wird. Also wir wissen es natürlich noch nicht, wie es ist. Aber die Frage stellt sich natürlich, wie geht man um mit dem Thema Gastronomie? Und es kann ja beispielsweise eine Option, ist zum Beispiel die Frage, wollen wir Cannabis-Cafés haben, wo man eventuell nur Cannabis als Rauschmittel bekommt? Das könnte ja möglicherweise eine Option sein. Entschuldigung, es ist derzeit aber nicht Stand der Diskussion, oder? Oder ist nicht jetzt in den Legalisierungsdiskussionen dabei? Da ist noch überhaupt nichts fix. Ja, okay. Und bisher ist es, also von der Politik merke ich jetzt, da spüre ich keinen starken Drang in Richtung Cannabis-Gastronomie. Aber wir können ja, ich sage die Frage, mal überlegen, ob das in unser Thema passt. Sicherheit und Transparenz, wäre jetzt sehr stark ausgedehnt. Aber ich mache es gerade mal einfach mal frei Hand per Handzeichen. Wer wäre dafür grundsätzlich, dass es Cannabis in der Gastronomie gäbe? Wer wäre dagegen? Also es war jetzt einstimmig, wobei wir haben eine Wortmeldung, Mikro bitte. Ja, nicht ausschließlich, sondern halt eben auch als Teil, als ein Durchführungsweg. Wir haben auch vorhin bei den CSC so toll darüber gesprochen, was für unterschiedliche Modelle da sind. Und natürlich soll es auch das geben. Ja, ich finde das Ja-Nein schwieriger an der Stelle. Okay. Weitere Wortmeldungen? Ja. Ich wollte einfach fragen, die Silo oder Silo App, funktioniert die noch? Wie machen wir das? Die Technik ist noch, das kommt noch, wir werden dann am Ende zum Schluss alles gemeinsam abstimmen. In einem Rutsch. Okay, genau. Genau. Wir sind ja im Moment sozusagen bei der Diskussion zur Frage 5, ob der Verkauf zum unverpackten Cannabis erlaubt werden sollte. Aber wir können natürlich gerne jetzt im Rahmen, wo wir auf das Thema Gastronomie gekommen sind. Und da wir gut in der Zeit liegen, wenn ihr da Meinungen zu habt, gerne raus damit. Ja, grundsätzlich nicht nur Cannabisblüten in der Gastronomie, Cafés etc., sondern natürlich auch Infused-Restaurants. Also es gibt durchaus auch die Möglichkeit, wunderbare Speisen mit THC zuzubereiten in sehr niedrigen Dosierungen, in mittleren Dosierungen etc. Und ja, da wäre eine Verpackung bzw. ein Warnhinweis auch schwierig umzusetzen. Wenn man im Restaurant sitzt und ein Fünf-Gänge-Menü genießt quasi, dann will man das nicht aus einer Plastikpackung quasi rauskratzen. Also dazu könnte ich mir vorstellen, dass man das vielleicht online dann vorbestellen kann, das Dinner. Und dann kann man genau festlegen, wie viel in der Vorspeise und im Hauptgang oder Dessert dann enthalten sein soll pro Person. Dann weiß die Küche vorher schon mal Bescheid und kann das ganz professionell dann vorbereiten. Danke. Sagt die Bäckerin. Der Herr in der zweiten Reihe hat sich... In zweiter Reihe. Also jetzt generell bei dem Cannabis in der Gastronomie oder generell unverpacktes Cannabis könnte ich mir das dann nur so vorstellen, dass man zum Beispiel in der Speisekarte oder auf so kleinen Schildchen, wenn es jetzt wie beim Bäcker sozusagen hinterm Glas ist, dass da zumindest dann die wichtigsten Sachen wie THC, CBD-Gehalt sind. Und dass man zum Beispiel, wenn da ein QR-Code ist oder man auf Nachfrage weitere Informationen halt einfach bekommen kann, sodass das Unverpackte dann in der Gastronomie auf jeden Fall möglich ist, aber die wichtigsten Sachen dann zum Beispiel in der Speisekarte einfach mit drinstehen. Ein positives Signal von der Technik. Sehr gut. Hooray. Geballte Kompetenz wurde hier herangeholt und das hat geholfen. Gut. Ich würde sagen, wir führen erstmal diese Diskussion... Ja, bitte. Die Frage, ob es Cannabis in der Gastronomie geben soll, kann man ja auch umstellen zur Frage, soll es Gastronomie im Cannabis-Fachgeschäft geben? Und da ist natürlich doch durchaus die Möglichkeit bei Cannabis-Social-Clubs, das ist eine Abgabestelle und da soll aber auch der gemeinsame Konsum ermöglicht werden. Insofern, für so einen Konsum, da sollten Getränke zur Verfügung stehen, da sollte ein grundlegendes gastronomisches Angebot natürlich möglich sein. Und insofern, wenn es Cannabis-Social-Clubs geben soll, dann muss es auch eine Kombination Gastronomie und Cannabis geben können. Vielen Dank. Da unser Hauptthema ja das Thema Sicherheit und Transparenz ist und wir eben so ein bisschen an dem Thema schon in der anderen Session dran waren, da ging es um Produktdeklarierung etc. oder Produktregulierung und da war eine Frage, die sich gestellt hat, das Verpackungsdesign. Sprich, sollte eine Verpackung neutral sein oder dürfen da knallbunte Bildchen drauf sein, die möglicherweise auch für Kinder und Jugendliche interessant sind? Sollte eine Süßigkeit direkt als solche erkennbar sein oder nicht? Habt ihr da Meinung zu? Was ist eure Meinung? Keine Meinung? Dann gut, würde ich sagen, da hinten, ja einmal. Wenn es um Essen geht. Ja und Verpackung auch, also da bin ich ganz klar dafür, für eine neutrale weiße Verpackung, wo einfach nur die Fakten schriftlich stehen. Und vielleicht wieder verbunden mit diesem Code, wo man Internet dann noch mehr Details erfährt oder Bilder auch sehen kann. Dankeschön. Also ich denke bei Edibles, da muss man, glaube ich, vom THC-Gehalt weg auf eine absolute Menge. Weil das wird nicht jeder da abwiegen sozusagen und dann sich ausrechnen, wie viel das ist. Und ich glaube, da braucht man dann eben absolute Werte, mit denen dann die Konsumenten auch Erfahrung sammeln können und dann wissen, okay, so und so viel ist dann vielleicht eine geeignete Dosis oder sowas. Danke. Vielleicht ganz kurz Verständnisfrage von mir. Was genau meinst du mit absoluten Werten? 10 Milligramm THC pro Stück quasi pro eine. Ja, sehr klar. Also sollte ich in Zukunft eine Cannabis-Brand haben, dann möchte ich natürlich, dass meine Brand, mein Logo auf der Verpackung drauf ist. Das ist ohne Frage. Das wäre ja total bescheuert für mein Business, wenn alle das Gleiche haben. Wie soll ich mich dann bitte, also wenn das im Laden zu sehen ist, wie soll man mein Produkt erkennen neben dem anderen, neben der Konkurrenz? Aber man kann ja sagen, gucken wir uns mal an, was man da noch machen kann. Und ich denke jetzt zum Beispiel an Kellogg's. Kellogg's Frosties, Kellogg's Smacks, was auch immer. Das sind ja Verpackungen, die sind ja super bunt mit irgendwelchen Sachen drauf. Und ich denke jetzt, mal grob gesagt, dass man so etwas eventuell vermeiden sollte und bestimmte Sachen erlauben darf, wie zum Beispiel ein Logo, Brand, die Informationen, Farben, aber jetzt nicht so ungefähr sowas wie Comic-Figuren oder weiß der Geier was. Aber darüber kann man so lange sprechen. Aber das ist so ungefähr meine Meinung dazu. Okay, ja, wir haben da eine Sofortmeldung zu. Das sind die doppelte Hand. Ja, ich wollte nur sagen, das sehen wir auch bei Medikamenten. Da kriegt man es ja auch hin, dass es schlichte Verpackungen gibt mit typischen Basisinformationen, auch weitere Links noch für weiterführende Informationen. Und trotzdem dürfen die Firmen ihr Logo nutzen. Nur halt im Hintergrund nicht irgendwelche Comics oder so weiter. Also eben halt nicht diesen Stil von Kellogg's. Deswegen, also wieder, ich denke an, bei Medikamenten kann man da ordentlich was lernen. Und ich weiß, es ist recreational Cannabis und kein Medikament. Und verstehe ich auch völlig. Aber Fakt ist halt im Vergleich zu Alkohol, man schmeckt die ja zähnlich raus. Deswegen, man muss damit ein bisschen anders umgehen. Danke. Hier vorne eine Meldung in der zweiten Reihe. Ja, also das mit den neutralen Verpackungen hat man ja, glaube ich, auch in Australien mit den Zigaretten. Und dort funktioniert das ja auch, dass die Konsumenten dann immer noch ihre Marken kaufen. Die waren natürlich auch vorher schon etabliert. Das wäre jetzt auch etwas, wo ich sagen würde, okay, die neutralen Verpackungen müssen jetzt so direkt nicht sein. Da kann ich schon verstehen, dass man aus der unternehmerischen Sicht einfach auch sich selber so ein bisschen repräsentieren möchte mit seiner Verpackung. Aber was ich auf jeden Fall sehr kritisch sehe, ist gerade, wenn man bei Edibles zum Beispiel nicht unterscheiden kann, auf dem ersten Blick, okay, sind das jetzt Gummibärchen mit oder ohne THC. Gerade, ja, wenn man sich dann vorstellt, dass das zu Hause irgendwie rumliegt. Und dann geht da doch irgendwie mal ein Kind bei, auch wenn es natürlich nicht sein sollte. Aber dann denkt das nur, okay, Gummibärchen nehme ich. Und ist dann natürlich auch nicht ideal. Oder wenn man halt im Laden ist und das einfach generell selber nicht mal so schnell unterscheiden kann. Und man sich dann im Endeffekt vergriffen hat. Also das so mit diesen sehr bunten Verpackungen oder so würde ich vermeiden. Aber ansonsten kann man schon die Verpackung individuell gestalten. Danke sehr. Also wir hatten vorhin ja auch schon mal so ein bisschen witzig das Thema mit den Schockbildern. Aber vielleicht nochmal ein seriöseres Statement dazu. Ich glaube, das muss man vielleicht auch den Politikern klar machen, dass Cannabis ja gerade, wenn auch ein bisschen höher dosiert wird, vielleicht eben auch so eine psychedelische Wirkkomponente hat. Wo dann auch, sage ich mal, eine große Macht der Suggestion auch ist. Und ich sage mal, wenn ich die Verpackung dann so gestalte, dass dann dem Konsumenten nur Angst gemacht wird, kann Psychosen auslösen und das dann ganz sozusagen auf ganz schreckliche Weise sozusagen dann da vermittelt wird, kann das, glaube ich, dann auch der psychischen Gesundheit abträglich sein und nicht zuträglich. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wenn dann auch über Risiken informiert wird, dass das eben auch ins Verhältnis gesetzt wird und dass der Konsument dann eben auch, sage ich mal, gut darüber aufgeklärt ist, wie hoch denn das Risiko von einzelnen, sage ich mal, Dingen dann auch ist. Also ich denke, das ist gerade eben auch für die Erstkonsumenten dann wichtig, dass denen jetzt keine Angst gemacht wird. Ja, danke sehr. Kleine Anekdote dazu aus Indien. Da stand auf der Bierflasche sinngemäß der Warnhinweis drauf, Alkohol can ruin family, job and life. Also Alkohol kann Familie, job und Leben ruinieren, als Warnhinweis. Es gab noch eine weitere Wortmeldung. Ich habe auch eine kleine Wortmeldung. Ich finde, Cannabis ist so etwas Besonderes, das sollte an der Packung erkennbar sein, dass Cannabis drauf ist. Wir haben so einen Tee gemacht, der ist aufgrund dieses Hanfplatz einfach erkennbar. Und dann weiß jeder, das ist jetzt kein Lauch und das ist kein Salbei, sondern das Cannabis. Und das meine ich, das sollte schon rüberkommen, die Produkte sollten eindeutig erkennbar sein als Cannabisprodukte. Der Gehalt, ob es eben dann kann süchtig machen, kann ja darunter stehen. Von mir aus, das wäre dann eben dieser THC-Gehalt, der ja immer drin ist. Also bei uns ist 0,16 Prozent drin, aber ab 10 Prozent oder ab 0,2 Prozent wird es Betäubungsmittel. Und dann ist es ja zunächst einmal nicht verkehrsfähig. Das soll sich ja alles ändern, aber die Grenzwerte sind ja auch noch nicht klar, was dann eben irgendwie von den Grauern verlangt wird. Jetzt bei den medizinischen wissen wir, in welchen Chargen das gehandelt wird. 20 Prozent, 17 Prozent, 8 Prozent. Und das soll vielleicht sich erweitern. Aber das sind dann eben so Sachen, die eigentlich medizinische Angaben sind, also weitere Angaben. Aber Cannabis sollte auf jeden Fall klar und deutlich erkennbar sein. Gut, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, schlage ich vor, wir kommen dann zur Abstimmung, dass wir dann die fünf Fragen durchstimmen. Und wenn am Ende da noch wahrscheinlich noch Zeit übrig ist, können wir dann nach den fünf Fragen schauen, ob wir vielleicht noch eine sechste anhängen wollen zum Thema neutrale Verpackungen oder Verpackungsdesign. Genau. Gut, dann starten wir mal mit der Frage 1. Können wir die auf den Schirm bekommen? Ach so, genau, die Frage-Reihenfolge. Gut, dann deswegen die Frage lautet, welche Warnhinweise sind nötig? So, da haben wir die Antwortmöglichkeiten, wie wir sie vorher schon besprochen hatten. Und sozusagen ist jetzt die letzte Chance. Wenn ihr denkt, da sollte noch was ergänzt werden, dann könnt ihr euch jetzt melden. Ansonsten bitte ich euch, dann ist die Abstimmung geöffnet. Gut, dann bitte ich um eure Abstimmungen. Hier auf der linken Seite habt ihr noch mal die Einwahldaten. Wenn jemand Probleme bei der Einwahl hat, bitte jetzt melden. Bei der aktuellen Frage, geht es um Aufwertung oder generell dabei sein? Generell, welche sind nötig, egal wo sie sind. Also auch wenn die irgendwo auf der Internetseite stehen oder Beipackzettel, egal wo. Braucht noch jemand Zeit? Das ist halt nicht der Fall. Dann bitte ich um die Ergebnisse. Okay, dann haben wir ganz klar am stärksten Aufbewahrung aus der Reichweite von Kindern. Das ist am wichtigsten dann Schwangerschaftshinweise, Straßenverkehr, Überdosierung, Atemwegserkrankungen und alles weitere ist dann weiter abgestuft. Schön. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Das ist, welche Verbraucherinformationen sind nötig? Erstmal nochmal drüber schauen. Gibt es da etwas, was wir noch ergänzen sollten? Wir wollten, glaube ich, den CBN-Wert und CBG. Ja, aber die wurden ausdrücklich genannt und deswegen denke ich, wäre es auch, genau, CBG und CBN, die noch einzeln aufzuführen. Deswegen wird die Abstimmung nochmal kurz geschlossen. Diejenigen, weiter unten, das ist bloß nicht sichtbar. Alles klar, danke sehr. Dann bitte die Wahl wieder öffnen. Diejenigen, die schon abgestimmt haben, können ihr Ergebnis auch nochmal ändern. Wenn dann von weiteren Cannabinoiden gesprochen wird, erzeugt das quasi ja wieder eigentlich nur Kosten. Weil wenn man das Produkt analysiert und dann den THC-Wert bestimmen lässt, dann den CBD-Wert bestimmen lässt, dann das noch bestimmen lässt, dann das noch bestimmen lässt. Wir haben über 200 bekannte Cannabinoide gerade. Ja, im Endeffekt kann man es aber dann weiterführen bis nach Meppen, welche jetzt für wen wichtig sind. Mikro bitte. Das ist ja der Punkt. Also okay, ich habe ab dem CBN-Wert noch nie gehört. Warum ist der wichtig? Also der Cannabinoide-Wert sagt aus, das kann aussagen erstens, dass es sich vielleicht auch um älteres Gras handelt. Also wenn jetzt der THC-Wert nur sagen wir mal bei 5 oder 6 Prozent liegt und der CBN-Wert sehr hoch ist, dann heißt es, dass es sich dabei um sehr altes, abgelagertes Gras handelt. Und außerdem macht CBN sehr müde und beeinträchtigt Leute, die tagsüber noch was gebacken kriegen müssen. Ja, da eine Direktmeldung. Vielen Dank für die Erläuterung. Stimme ich komplett zu und ich persönlich erachte auch CBN als relativ relevant. Aber in der Praxis halte ich das für nicht besonders sinnvoll, bis auf, ich sage mal, ein paar Ausnahmeprodukte. Weil wir reden ja von frischen Produkten, da steht Mindesthaltbarkeitsdatum. CBN ist kaputt oxidiertes THC. CBN wird nicht per se von der Pflanze produziert. Auch die Säurevorstufe, das ist auch noch so ein Thema vielleicht. Man sollte auch hier nochmal in dem Kontext erwähnen, dass man hier wahrscheinlich Total THC meint. Also die Kombination von THC und THCA. Was vielleicht auch nicht jedem klar ist. Aber das ist auch ein Grund, warum ich auch Terpene nicht als Mindestanforderung empfehle. Terpene verfliegen über die Zeit. Dort eine Analyse zu machen, ist nicht relevant für ein Produkt, was drei Monate in einem Glas liegt. Genauso mit dem CBN. Also wenn ich ein Mindesthaltbarkeitsprodukt habe, weil ich ein THC-Gehalt garantieren will, warum muss ich dann spekulieren auf das Produkt, wie es dann drei Jahre später ist und dann quasi einen hohen CBN-Gehalt hat. Das heißt aber nicht, dass wenn man Sorten hat, beispielsweise marokkanische Hasch-Sorten, traditionell mit einem hohen CBN-Gehalt, diese sollte man natürlich dennoch wegen diesem Merkmal entsprechend labeln. Nur das würde ich hierherum den Unternehmen überlassen, weil es jetzt, ich sag mal, weniger sicherheitsrelevant ist als diese typischen THC-Informationen und Mindesthaltbarkeit etc. Also das würde ich an der Stelle den Unternehmen überlassen. Gut, dann würde ich sagen, wir schließen dann die Abstimmung in 30 Sekunden. Gibt es noch Wortmeldungen? Es gab ja gerade eine Redediskussion, also wenn ihr Sachen reingerufen habt, gerne auch nochmal ins Mikro sagen. Gut, dann schließen wir jetzt die Abstimmung und kommen zu den Ergebnissen. Da sehen wir ein ganz klares Votum für den THC-Wert, der ist auf jeden Fall wichtig. Gefolgt von CBT, dem Sortnamen, dem MHD und dem Anbauort. Ja, vielen Dank dafür. Gibt es da noch mehr, was man nicht sieht? Ja. Ich weiß nicht, kannst du runterscrollen? Niemand unentschieden, sehr gut. Okay, gut, dann kommen wir zur Frage 3. In welcher Form sollen die Warnhinweise dargestellt werden? Da haben wir zur Auswahl den Beipackzettel, das Spiktogramm, die Packungsbeschriftung, den QR-Code, Website, Landingpage und die Blindenschrift, die dank dem Feedback hiermit eingefügt worden ist. Erstmal gibt es noch Fragen zu der Fragestellung oder Ergänzungswünsche? Das scheint nicht der Fall. Dann bitte ich darum, die Abstimmung zu starten. Ich habe mal gerade kurz nachgeguckt auf meinen Cetericin-Tabletten, also einfach gegen Heuschnupfen. Da ist in der Pappschachtel quasi, ist draußen tatsächlich in Brei-Schrift so irgendwas drauf. Ich kann es nicht lesen, was da steht, aber es gibt Informationen dazu. Also irgendwie Blindenschrift ist tatsächlich gar nicht so abwegig, dass man sowas ganz einfach auf eine Pappverpackung draufkriegt, ohne da jetzt irgendwie großartige Verrenkungen unternehmen zu müssen. Mikro, bitte. Die Brei-Schrift, die ist eine Inverschrift, das heißt, du musst sie fühlen. Das ist ein anderes Druckverfahren mit 3D-Druckern. Das macht die ganze Verpackungsindustrie teurer. Und die Blinden können tatsächlich sehr gut hören und die Blinden, die ich kenne, ich mache mit denen verschiedene Veranstaltungen, die haben es am liebsten, wenn sie was aufrufen und das wird ihnen vorgelesen. Die können fast alle Brei-Schrift, aber auch nicht alle. Es gibt auch Apps mittlerweile tatsächlich, die einen Text vorlesen. Entschuldigung, ganz Laienfrage, wie kann denn ein Blinder das aufrufen? Also wie kommt er dazu? Ich wollte nur noch mal ganz kurz direkt dazu sagen, dann wäre ja vielleicht so eine spontane Idee, die mir gekommen ist, dass man, wenn man standardisierte Verpackungen hat, immer an einer bestimmten Stelle ein QR-Code drauf macht, den Blinde dann mit ihrem Handy einlesen können und dann wird ihnen das entsprechende vorgelesen. Wie können Blinde wissen, wo der QR-Code ist? Wenn er immer auf der gleichen Stelle ist und man das fühlen kann, sozusagen. Ich verstehe. Man könnte zum Beispiel sagen, ist ja egal, Pups, egal ob es jetzt links unten, rechts unten ist, in die Ecke und dann machst du es halt auf jeder Seite links unten in die Ecke, ist ja kein Problem. Das wird auch ein Blinder irgendwie mal finden. Okay. Okay, das klang böse. Darf ich das kurz erläutern? Nein, die Blinden, die ich kenne, sind eigentlich gut eingerichtet. Es gibt sogar Schulungen für die Blinden, aber die gehen mit ihrem Leuchtfond. Das ist ja ein großes Weitwinkelobjektiv auf dem Handy und der QR-Code wird erkannt, wenn du in die Nähe kommst. Also der muss jetzt nicht genau angeleuchtet werden. Okay, danke sehr. Gut. Da hinten haben wir noch eine Wortmeldung. Braucht noch jemand Zeit für die Abstimmung? Das ist nicht der Fall, dann können wir die Abstimmung schließen. Ja, bitte. Mir ging es jetzt gerade darum, vorhin hieß es ja, dass es schwierig wäre, Edibles optisch abzuheben. Wenn jetzt aber die Verpackung die gleiche ist, wie irgendwas, was halt kein Edible ist, wie soll ein Blinder das dann erkennen? Also dann müsste ja für Edibles zumindest eine Vorschrift geben, dass man das erkennen kann. Wenn man es nicht schmeckt und es auch nicht sehen kann, weil man es nicht sehen kann, muss man es halt anders finden können. Gut, dann kommen wir zum, ja, das Ergebnis haben wir auch schon auf dem Schirm, am häufigsten, am wichtigsten, der QR-Code, mit dem man dann auf die Webseite mit den Informationen weitergeleitet wird. Gefolgt von Piktogramm, Packungsbeschriftungen, Blindenschrift und, genau, und unentschieden, wieder niemand. Hier sehr entschiedenes Publikum. Danke sehr. Super, dann kommen wir zur nächsten Frage. Viertens, welche Warnhinweise und Verbraucherinformationen müssten nicht direkt auf die Verpackung und können zum Beispiel auf eine Landingpage? Da wiederum die formale Frage erstmal, gibt es da noch Ergänzungswünsche zu den vorgegebenen Antworten? Es sind mehr Antwortmöglichkeiten, als man jetzt hier sieht. Die komplette Liste, ich weiß nicht, kannst du das zeigen? Kann man da runterscrollen? Ja. Wir hatten die eben ja schon mal verlesen gehabt und es gibt sie ja auch auf der Seite. Genau. Wenn es da Ergänzungswünsche gibt, jetzt letzte Chance. Das scheint nicht der Fall. Dann bitte ich dich darum, die Abstimmung zu öffnen. Und es kann losgehen. Ich dachte, bei Warnhinweisen, dass die, wenn es einfach allgemein gehalten sind, von THC und dass das dann vielleicht einfach der Staat macht, da eine mit Warnhinweisen einfach eine komplette Seite, auf die man dann verlinkt. Also eine zentrale Internetseite sozusagen von Behörden, vom Gesundheitsministerium beispielsweise oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dann alle Informationen beinhaltet sozusagen. Okay, ist vielleicht ein bisschen spät, jetzt noch einen Punkt hinzuzufügen. Aber ich erinnere mich jetzt gerade an die Tabakverpackungen. Da steht ja jetzt hier mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beispielsweise auch eine Telefonnummer drauf, an die man sich theoretisch wenden kann, wenn man mit dem Rauchen aufhören möchte. Das finde ich an sich an der Stelle auch gar keine schlechte Idee. Okay. Ja, danke. Ich würde sagen, das notieren wir auf jeden Fall mit dazu, damit wir es später mit berücksichtigen können. Dann würde ich jetzt sagen, in 30 Sekunden schließen wir die Abstimmung. Da gibt es eine Wortmeldung hinten. Ich würde sagen, es ist auch die Frage, bei Warnhinweisen auf jeden Fall, aber bei diesen Extra-Informationen muss es bei jeder Information, also es muss ja nicht jede einzelne kleine Information mit auf so eine kleine Packung mit drauf. Und viele kaufen ja auch immer wieder so, also müssen sie auch nicht immer wieder neu informiert werden, weshalb man auch so langsam, langsam eben diese Piktogramme zum Beispiel etablieren könnte oder halt auch diese, am Anfang ja natürlich diese ganze Aufklärungsarbeit und auch diese QR-Codes, also einmal an die ganze Palette. Aber dass man dann halt auch irgendwann dann guckt, okay, wenn man immer Beipackzettel, Beipackzettel, Beipackzettel jedes Mal hat, so häuft sich das und das geht ja direkt in den Müll sozusagen. Also deswegen, dass man da nochmal guckt, wie kann man das so ein bisschen in die Neuzeit mit einbauen, so dass nicht so viel Müll auch entsteht und jeder Zugang hat. Danke sehr. Vorne gibt es eine Meldung in der ersten Reihe. Zu dem Punkt ist es vielleicht auch eine Option, dass man so einen Beipackzettel pro Einkauf hat und nicht pro Produktpackung. Also dass quasi nur der Händler dann wirklich einen Beipackzettel in die Gesamtbestellung sozusagen beilegen muss, dann kann man sich ein bisschen Müll sparen und man hat allgemeine Hinweise eben auf diesen Beipackzettel. Und mit einem QR-Code gibt es ja immer die Möglichkeit, zu den detaillierteren Informationen dann zu kommen, wenn es einen interessiert. Gut, vielen Dank. Dann schließen wir die Abstimmung und kommen zu den Ergebnissen. Interessant. Am wichtigsten sind wohl die möglichen Atemwegserkrankungen durch Rauchen, gefolgt vom Wirkprofil, Wechselwirkung in Medikamenten und Safer-Use-Hinweisen. Bitte, ja, danke sehr. Danke sehr, am unwichtigsten. Müssen nicht, danke sehr. Okay, dann kommen wir zu Frage 5. Sollte der Verkauf von... Ja, was? Also ich kann es auch vorlesen, natürlich. Terpene, weitere Cannabinoide, dann der Erntezeitpunkt, dann Risiko der Überdosierung, insbesondere bei oralem Konsum, also Edibles, gefolgt vom Anbauort, dem Straßenverkehr, der Schwangerschaft, der Aufbewahrung außerhalb der Reichweite von Kindern, dem Sortennamen, den CBT-Wert, den THC-Wert, dem Mindesthaltbarkeitsdatum, der zentralen Info-Otline für weitere Infos und Unentschieden. Als letztes. So, dann kommen wir zur nächsten Abfrage. Sollte der Verkauf von unverpacktem Cannabis erlaubt werden? So, gibt es da noch Ergänzungswünsche bei den Antwortmöglichkeiten? Ja, wir haben eine Meldung. Da wollte ich jetzt einfach noch mal kurz auf das zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Pfandsystem. Das wäre ja quasi so ein Zwischending jetzt. Also eigentlich wäre das quasi noch mal eine Alternatividee, dass man quasi Pfandgläser macht, auf die dann aber immer entsprechende Etiketten drauf sind. Das ist dann nicht richtig unverpackt, aber zumindest erzeugt es eben keinen Verpackungsmüll außer dem Etikett. Ja, hier wurde jetzt gerade reingeworfen, es ist wie Beipackzettel, das würde ich jetzt auch einfach mal da subsummieren. Also ja, aber nur mit einer beiliegenden Information, sei es über einen Pfandbecher oder über einen Beipackzettel, den man in die Hand gedrückt bekommt. Wobei eigentlich ist ja Pfandsystem ein separater Punkt, der ja auch ein bisschen, man könnte ihn natürlich jetzt mit unter die Frage packen, weil es jetzt irgendwo unter Verpackung zählt. Also deswegen wäre es jetzt eine Möglichkeit, dass man, also man kann ja hier mehrere Antwortmöglichkeiten wählen und dass man dort als Antwortmöglichkeit hinzufügt, wenn Verpackung, dann mit Pfandsystem. Wäre das so im Sinne? Dann bitte ich darum, wenn Verpackung, dann mit Pfandsystem. Ja, bitte. Ich finde die Idee mit dem Pfandsystem eigentlich total cool, weil ich das bei mir und bei uns theoretisch später eigentlich auch gerne so machen wollte, wenn es erlaubt sein sollte, dass man aber quasi ja sagt, ich weiß nicht, ob das manche hier kennen, wenn man zum Beispiel eine Plastikkarte hat, die aber bedruckt wird, dann gibt es ja auch Automaten, die die wieder entdrucken und neu bedrucken. Das könnte man ja mit diesen Pfandgläsern auch machen, je nachdem, was der Kunde halt gerade gekauft hat. Kann man ja den Deckel, keine Ahnung, gibt es ja Maschinen für dann bestimmt, den Deckel bedrucken lassen, wieder raus, neue Informationen stehen drauf. Das ist ja gar kein Problem. Kostet eigentlich auch nicht sonderlich viel. Nein, kein Aufkleber. Die Deckel werden direkt bedruckt und dann kann man den Druck wieder löschen. Das gibt es schon als System, das wird an meiner Hochschule zum Beispiel benutzt für unsere Chipkarten. Das kenne ich auch von unserer Hochschule. Irgendwann geht es da nicht mehr. Da muss man dann wahrscheinlich, also in dem Fall die Karte, aber in dem Fall dann den Deckel austauschen. Aber zumindest kann man es eine ganze Weile immer wieder neu bedrucken. Weitere Wortmeldungen hier vorne, in der dritten Reihe? Ja, ich glaube dann aber tatsächlich, dafür bräuchte es sogar keine Extra-Regulierung dann für dieses Pfandsystem, weil das wäre ja dann eigentlich nicht mehr unverpackt im engeren Sinne. Es würde ja quasi schon vom Händler dann entsprechend präpariert werden, sodass du dann wieder eine ganze Verpackung Verpackung mit entsprechenden Infos am Ende wieder erhältst. Deswegen würde ich es tatsächlich gar nicht so unter unverpackt dann sehen, zumindest dieses System jetzt so. Es geht ja nur darum, dass zum Beispiel dann Leute für den Erstkauf, müssen sie es dann eben in der Verpackung kaufen und können dann aber die immer wieder mitbringen. Darum geht es ja. Ja, ja, da sage ich ja nichts dagegen. Ich sage nur, ich glaube, dafür brauchst du keine Extra-Regulierung. Also dafür brauchst du jetzt, das brauchst du nicht ins Gesetz schreiben, dass das geht. Also ich glaube, wenn du sagst, das Cannabis muss mit entsprechenden Informationen sozusagen dem Kunden übergeben werden, dann ist das damit, dann glaube ich, abgehandelt. Danke sehr. Gut, wenn es keine weiteren Einführungsvorschläge mehr gibt, eröffnen wir die Abstimmung. Ach, wir sind schon bei den Ergebnissen. Sehr schön. Auch gut. So, dann, ja, die große Mehrheit sagt, ja, aber nur mit Beipackzettel. Gefolgt von ja, ja, aber mit Pfandsystem 28% und ja, aber nur in der Gastronomie 16%. Und die Ablehnung ist mit 8% hier eindeutig ganz gering. Ja, dann sind wir mit den 5 Fragen durch und mit der Zeit eigentlich jetzt auch, wir haben noch 4 Minuten, dementsprechend würde ich sagen, gibt es eurerseits noch abschließende Fragen, Anmerkungen oder Kommentare, Wünsche? Hier vorne einmal, war ein Mikro. Ich habe das letzte Chart, also die Ergebnisse nicht verstanden, oder stehe ich da jetzt auf dem Schlauch? Also, dass nur 56%, was heißt das? Könnt ihr mir mal die Ergebnisse erläutern? Ich hätte die Ergebnisse sehr viel weiter bei 100 erwartet, oder über 80 oder so. Ja, könnt ihr gerne andere Beteiligte sich äußern, direkt hinter dir? Vielleicht, die 100% müsste man ja, also wir haben 92%, die für ja stimmen. Man müsste ja die 56% mit den 36% und 28% addieren. Also man konnte ja mehrfach abstimmen, oder? Wie viele sind denn unentschieden? Aber... 8% haben Nein gestimmt, Henning. Das heißt, 92% sagen eigentlich in irgendeiner Form, ja, unverpacktes Cannabis sollte verkauft werden. Achso, okay, 16% haben nicht zugestimmt. Danke, das sieht man jetzt gerade nicht. Aber insofern, kann man davon ausgehen, dass der Rest quasi grundsätzlich nichts dagegen hat, dass auch in irgendeiner Form unverpacktes Cannabis in Deutschland passiert. Okay, gibt es weitere, letzte Fragen, Wünsche, Anregungen? Ansonsten bedanke ich mich sehr für die Teilnahme, wünsche euch noch viel Spaß hier auf der Konferenz. Bitte um einen Applaus für die Hilfe vom Flo und vom Philipp und wünsche euch ein schönes Abendessen. und natürlich auch für das weitere Personal, für die Kameraleute, für die Tonleute und die Belichter. Danke. Alles klar. Bubert's. Bubert's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020